In diesem Stapel ist eine Art von Windeln versteckt, die es noch nie im Praxistest auf meinem Kanal gab. Entdeckst du sie? Zugegeben ist das keine ganz leichte Aufgabe, zum Zeitpunkt dieses Videos sind es um die 60 verschiedene Windeln, die ich getestet habe. Wer schon eine Weile dabei ist, wird gemerkt haben, wie der Stapel mittlerweile auf vier Türme angewachsen ist, da diese zu hoch wurden und ansonsten umfallen würden. Ein kleiner Tipp, es ist eine Windel mit einem neuen Außenmaterial. Seht ihr sie jetzt? Nein? Dann empfehle ich dir ein kostenloses Abo meines Kanals, damit du über alle Tests und Neuigkeiten rund um Windeln immer up-to-date bist. Ich löse das Rätsel auf, hier hat sich die Kiddo Teddies Ultra versteckt. Diese Windel hat gleich mehrere Besonderheiten, die größte worauf ich hinaus wollte, sie ist aus Karten, also einem Außenmaterial, das ähnlich zu dem Stoff ist, den man von der Kleidung her kennt. Unter ABDL Windeln ist das eine Nische. Das entspricht nicht nur meiner persönlichen Erfahrung, sondern auch einer Umfrage unter euch, mehr als 80% mögen lieber Windeln mit Folie außen. Auch ein großer Teil der Windeln sind daher aus Folie, bis auf wenige Ausnahmen wie die Teddies Ultra. Sie setzt auf Bären als Hauptmotiv, was recht beliebt ist. Vorne an der Klebefläche ist ein großer Bär zu sehen. Oben hat sie einen gestreiften Rand, was ebenfalls beliebter zu werden scheint. Im Inneren sind die von ABDL Windeln gewohnt deutlich höhere Seitenbündchen vorhanden, als bei vielen medizinischen Windeln. Sie sollen ein Auslaufen verhindern, vor allem wenn die Windel voller ist. Außerdem hat man so noch Platz, um Boosterparts als Sauganlage hineinzulegen, um die Saugleistung zu steigern. Hinten am Po ist nochmal ein größeres buntes Motiv aufgedruckt. Zwischen den Beinen sind es Punkte auf der Fläche und blaugrüne Streifen am Rand. Ein interessantes Gimmick ist die am Po oben aufgedruckte 8. Kinderwindeln haben dort meist die Größe stehen. 8 ist bei vielen die größte, aber diese hier ist natürlich nicht für Kinder entwickelt worden und daher weitaus länger und breiter. Die zweite Besonderheit, von der ich anfangs gesprochen habe, sieht man nun auch, sie hat nur 2 Kleber. Also einen pro Seite, statt der bei den meisten ABDL Windeln üblichen 2 Kleber pro Seite. Damit soll sie den Kinderwindeln ähnlich sehen, die schon immer nur einen statt 2 Kleber pro Seite hatten. Da es sich um Klett handelt, kann man sie beliebig oft neu verschließen, das funktioniert soweit ohne Probleme. Anfangs dachte ich, mit 2 statt 4 Klebern sollte das Verschließen leichter gehen, weil es ja nur halb so viele sind. In der Praxis fand ich es schwieriger, zwar sind die Kleber breiter, als die einzelnen bei anderen Windeln. Ungefähr so breit, als hätte man die 2 getrennten Kleber bei anderen Windeln übereinander zusammengeführt. Allerdings sind sie nicht breit genug für den gesamten Seitenflügel. Ein großer Teil des Seitenflügels ist über dem Kleber und bleibt locker. Das stört mich, weil sich die Windel dadurch locker anfühlt und ich denke, dass sie nicht richtig sitzt. Da es nur einen Kleber pro Seite gibt, bleiben nur 2 Möglichkeiten, wenn man die Kleber mehr schräg nach unten platziert, sind die Seitenflügel etwas weniger locker. Dafür wird aber das vordere Ende der Windel lockerer und klappt sich beim Tragen manchmal um. Sind die Kleber gerade, wird es vorne besser, dafür an den Seitenflügeln lockerer. Die Junior Plus saß auch etwas lockerer, gefühlt war der Sitz dort etwas besser. Etwas schräg statt gerade scheint von den beiden Möglichkeiten noch am besten zu klappen. Rein optisch sieht die Windel tatsächlich aus, wie Pampers oder andere Kinderwindeln in Groß, sodass sie auch Jugendlichen und Erwachsenen ohne Probleme passt. Bevor wir uns Ergebnisse der Saugleistung im Alltag anschauen, erstmal zum Shop, in dem diese Windeln und auch weitere von Kiddo verkauft werden, da gibt es auch noch etwas für euch. Sie wird von Diaperminister verkauft, der sie mir für den Test zur Verfügung gestellt hat, an dieser Stelle danke dafür. Falls ihr Diaperminister noch nicht kennt, der große Shop aus Europa hat sich auf Produkte für ABDL spezialisiert. Es gibt ein umfangreiches Sortiment von derzeit fast 100 verschiedenen Windeln, die ihr nach verschiedenen Kriterien sortieren könnt. Beispielsweise mit Folie oder Karten außen, je nachdem, was ihr bevorzugt. Neben der Lil Socker gibt es dort auch viele andere Windeln, die ich in meinen vorherigen Videos getestet habe und Zubehör wie Booster, Cremes oder Schutzmatten fürs Bett. Ebenfalls einen Blick wert sind die zahlreichen anderen Dinge aus dem ABDL-Bereich. Es werden neben Pyjamas und Schnullern beispielsweise verschiedene Bodys angeboten, sowohl süßbedruckte als auch schlichtere. Wer kindlich bedruckte Unterhosen mag, findet bei Diaperminister zahlreiche, die Erwachsenen passen. Das gilt auch für einige weitere Kleidungsstücke, Latzhosen, T-Shirts, Mützen wie die Peak-ABU-Kappe und noch einiges mehr. Ich habe dort seit über einem Jahr mehrere Male bestellt. Eine davon ist in meinem Video vom Oktober 2022 zu sehen, sie kam wie bisher alle anderen auch diskret verpackt. Ihr könnt euch auf diaper-minister.com selbst umschauen. Mit dem Gutscheincode WINDELTV10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment, ohne Mindestbestellwert oder Höchstgrenze. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit dem Praxistest. Die leere Windel bringt 198 Gramm auf die Waage und gehört damit zu den leichtesten. Vergleichbar mit einer Peak-ABU, sie wiegt 194 Gramm. Das höchste Gewicht der vollen Windel lag bei etwas mehr als 1,7 Kilogramm. Die restlichen Ergebnisse waren ziemlich durchwachsen, mal waren es nur gute 1,5 Kilogramm, einmal fing sie sogar nach rund 1,3 Kilo an auszulaufen. Fangen wir mit dem besten Ergebnis an, die 1,7 Kilogramm sind guter Durchschnitt, abzüglich des Gewichtes der Windel selbst entspricht das einer Saugleistung von effektiv ungefähr 1,5 Litern. Von einem neuen Rekord weit entfernt, aber im Alltag reicht das vielen sicherlich aus. Einen direkten Vergleich mit den Kiddo Junior Plus, die ebenfalls zwei Kleber insgesamt und damit einen pro Seite haben, kann ich leider nicht ziehen. Der Junior Plus Test ist schon älter, damals habe ich die Windel nicht gewogen. Falls euch ein Vergleich interessieren würde, schreibt es in die Kommentare, dann hole ich das in einem eigenen Video nach. Negativ fand ich die vielen geringeren Ergebnisse. Es kommt bei jeder Windel mal vor, dass sie etwas schlechter sitzt und daher schon deutlich vorher ausläuft. Gerade am Anfang, wenn es eine neue Windel ist, deren Passform man noch nicht so gut kennt. Das ist normal. Bei der Teddys Ultra passierte das aber auffällig oft, auch im späteren Verlauf des Tests. Bei der ebenfalls neuen Lil Soaker war das deutlich seltener der Fall, wie auch bei vielen anderen im Test. Ich denke, das hängt mit dem lockeren Sitz zusammen, den ich am Anfang gezeigt habe. Bei ABDL-Windeln haben sich insgesamt vier Kleber und damit zwei pro Seite durchgesetzt, weil man damit die Windel optimal am Körper fixieren kann. Wenn man ein Blatt Papier an die Wand klebt, geht das am besten mit mindestens vier Klebestreifen, in jede Ecke eines. Zwar kann man auch nur zwei Stück nehmen, aber dann wird das Blatt immer flattern, entweder an den Seiten, wenn die zwei Kleber nur oben und unten angebracht sind. Oder eben oben und unten, wenn man es an den Seiten festklebt. Das gleiche Problem scheint es bei Windeln für Erwachsene zu geben. Kinderwindeln sind davon nicht so sehr betroffen, weil sie ja viel kleiner sind und auch weniger aushalten müssen. Dort reicht ein Klebestreifen pro Seite. Preislich kostet eine Packung mit zehn Stück 32,90 Euro, sodass eine 3,29 Euro kostet. Das kann man von zwei Seiten sehen, vom reinen Preis-Leistungs-Verhältnis aller Windeln betrachtet ist das teuer. Es gibt einige Alternativen, die mehr Saugleistung bieten und deutlich weniger kosten. Beispielsweise die Lil Soaker von der gleichen Marke oder Critter Caboose, wenn man lieber Reas mag. Betrachtet man die Nische von ABDL-Windeln mit Karten und eventuell sogar noch die zweite Nische der modernen Pampers-Fans, dann ist diese Windel sogar relativ günstig. Cotton-Windeln sind deutlich teurer als Folie, am bekanntesten ist die Riddle Kings für knapp 4 Euro pro Stück. Für diese Nischen ist die Windel interessant, optisch und vom Gefühl her kommt die Teddys Ultra Nye an die neueren Pampers mit Karten heran. Die Junior Plus ist dagegen eher eine Retro-Pampers für diejenigen, die zwar einen Kleber mögen, aber kein Karten als Außenmaterial. Das ist bei den Pampers ja auch noch vergleichsweise neu, jahrzehntelang hatten die auch Folie außen, so wie heute viele ABDL-Windeln. Vor einigen Jahren hatte ich eine medizinische Windel mit textilähnlicher Oberfläche, die sich für meinen Geschmack sehr unangenehm anfühlte, sodass ich die Reste versucht habe, auf Kleinanzeigen loszuwerden. Im Vergleich dazu wirkt die Kiddo Teddys Ultra weniger hart und dadurch angenehmer sowie hochwertiger. Ich persönlich fand das Außenmaterial für Karten in Ordnung. So weich wie Folienwindeln ist sie allerdings nicht, wer lieber Folie mag, wird hier wohl nicht glücklich werden. Empfehlen würde ich diese Windel nur für diejenigen, bei denen Optik und Gefühl einer neueren Pampers oder vergleichbarer Kinderwindeln an erster Stelle stehen. Dafür muss man den entsprechenden Preis sowie eine nicht optimale Passform in Kauf nehmen. Für alle anderen hat die Teddys Ultra mehr Nachteile als Vorteile und es gibt einige Alternativen. Eine aktuelle ist die vorher schon kurz erwähnte Lil Socke vom gleichen Hersteller Kiddo, sie fällt mit einem neuen Design auf, das es so vorher noch nicht gab. Statt Karten verwendet sie Folie, insgesamt vier Kleber also zwei pro Seite und ist mit 2,39 Euro pro Windel deutlich günstiger. Falls du die Teddys Ultra oder Lil Soacker ausprobieren möchtest, kannst du meinen Gutschein Windel TV10 verwenden, um sie bei Daipa Minister zu bestellen. Damit werden alle nochmal deutlich günstiger, auch die Teddys Ultra. Der Gutschein gilt aber auf alle andere Produkte. Mich persönlich konnte die Teddys Ultra nicht überzeugen. Wahrscheinlich, weil ich nicht zur Zielgruppe gehöre, mir geht es bei einer Windel um Komfort und Saugleistung, sie muss praktisch im Alltag sein und am besten noch ein schönes Design. Dass sie genauso aussieht wie neuere Kinderwindeln, ist für mich nicht wichtig. Nun bin ich auf deine Meinung gespannt, schreibe in die Kommentare, was du von der Teddys Ultra hältst, ob du sie testen möchtest oder vielleicht schon ausprobiert hast. Bleibt in jedem Fall trocken. Bis zum nächsten Video.